Die Schiebetür Man, das ist so breit So breit So breit Das ist Eine Schiebetür Ja, sehr schön, ja die Treppe hoch, ja jetzt kann man nach oben gehen, ja wunderbar, dann hier, hast du den Senk recht montiert, so eine Hand drauf, so jetzt ist es aber zu, und dann jetzt aufmachen, zack, und abmarschen. Wow, jetzt freiheit. Schön gemacht, zum Hochlaufen ist sehr gut. Ja, das ist jetzt der Bereich zum Abschließen. Schön. Und dann geht weiter, weiter da oben, die Schiene, wo die Schiebetür da drin läuft. Ja, dann vorne. Zum Lichtschalter, dann Boden hier unten und andere Zimmer. Und das ist die Schiebetür. Die Gehtür verschwindet da hinten. Schloss und Schlüssel, alles dabei. Und da drin. Da rollt. Und da drin. Da rollt. Und da weiter, uns da weiter. Schön. Wenn du hier ein Haus hast, wenn du hier ein Haus hast. Ja. 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 Ja.